Zock! McFloy! Beitreten, Einsatzgruppe wird beigetreten. So, ganz kurz. Okay, ja, den Strike machen wir dann, oder? Ja. So viel Auswahl haben wir ja sonst nicht. Spielstart! Ja. Nimmst du Zeugen zur Zeit, glaube ich. Kriegst du erstmal eine? So, wo sind wir denn hier? Die Temperatur versucht zerflöten. Einverstanden. Sei vorsichtig, Hüther. Da wissen wir, glaube ich, gar nicht hin, ne? Ah, das wird losfliegen. Ne, hä? Ach, ich... Ich beschatte die Kabale. Ja. Ja, das wird ja gar nicht, da. Ja. Hier ist so eine Säule. Ja. Ich scanne die mal geil ab. Ja. Wie denn ohne Licht? Wie funktioniert dein... Gehe weiter. Bist ich wieder raus? Was machst du denn immer da? Oh, was ist das? Oh. Das sieht aus wie ein Wechsmilchwasser. Oh. Im Tod besprungen. Ist doch nicht ein Wechsmilchwasser-Strahl genau. Ach, der lausige. Sieh's jetzt. Ist ein richtig geiler Milchwasser-Strahl. Ja. Wart mal, wenn ihr gleich irgendwo wieder wartet. Da steht aber, gehe weiter. Er fickt dich. Du musst nur durch diesen Kreis. Und? Schafft das, schafft das, schafft das? Ja. Der Typ ist ja super arrogant hier. So. Wo geht's hin? Gehe weiter. Ach. Da weiß ich ja niemals. Ja, ich mach von hinten ein bisschen. Was ist denn der Typ hier? Läuft direkt in den Tod. Oh, scheiße. Jetzt bin ich hinter ihm runtergefallen. Das wäre jetzt wahrscheinlich das. Muss ich wieder alles hier machen? Ja. Boah. Boah. Neues Ziel, gehe weiter, geil, okay, das ist wie beim ersten Raid irgendwie mit dem Schwarz immer und so, oder beim zweiten Raid, die braucht schon wieder mein Können, okay, wir haben ein neues Ziel. Ja, ich nehme ein bisschen Aufnahmeprogramm, ich probiere gerade meinen HD aufzunehmen. Und HD dann ist hier klar? HD, 4K kann das Aufnahmegerät ja gar nicht. Das ist ja mega das Schlachtfett hier, ne? Wo ist der Bohrer? Habe ich ihn übersehen? Achso. So, dann mal gucken, was man super kann. Super! Wow! Fick this! Was ist das für ein Schild? Eliminiere Bohrer-Offiziere, jetzt waren die gerade, ne? Und zwar einer? Ja, ja, eins ja, einer. Und das war der zweite. Tatsache, wir müssen aber immer noch herausfinden, wonach sie suchen. Macht euch bereit. Ich interagiere mal. Ah, hier, der andere Kollege Marsch. Gib dir eine! So ein guter Tänzer. Na, ich probier mal was, vielleicht sterb ich da wohl. Wie? Oh, das sieht richtig aus. Ich probier den hier. Waaah! Hä? Weißt du, wir müssen runter? Na gut. Boah! Sprengt hier übelst episch rum. Ich hab wieder irgendwas aktiviert. Ich hab wieder irgendwas aktiviert. Boah! Krass, Hunde! Pam! Weggefickt! Mein Super lässt sich noch irgendwie voll langsam aufhändig. Ey! Boah! Diese schlechter! Krass, 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 krass. Korrekt, danke, Brudi! Geil! Geiler Schuss! Wir sind natürlich schon vorgelaufen. Jo, auf dich wart' ich nicht. Ich bin hier auf den Fersen. Pam! Überraschungsangriff. Oh, ich bin fast tot. Aber hat sich gelohnt. Wuhu! Wuhu! Fängt das was? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch! Nachladen! So, die haben mich grad so weit nach hinten geworfen. So, die haben mich grad so weit nach hinten geworfen. So, die sind dann super wahrscheinlich weggezogen. Jetzt kann ich den weg. Bam! Ah! Ah! Warte mal, das war wahrscheinlich gar nicht tief. Boah doch, ich hab mich übrigens gerade gerettet. Ganz im Ernst. Mir gefällt das gar nicht. Und dann laufen sie wieder. Was ist das? Was ist das? Ach du Scheiße. So ein riesiger Bohrer hat mich da weggehauen. Kann ja nicht sein. Ja genau der! Genau der! Sah aber gut aus. Sah aber gut aus. Boah, die mit den Schilden facken ab ey. Hier kann man rein oder? Komm, wir von hier. Hier ist schwarz. Oh, hier ist ne Höhle noch. Wo bist du denn? Also ich hatte grad immer auch ne Höhle, aber die war schwarz. Da war nix. Was? Hast du jetzt? Hast du dich erschreckt oder war das ein Lisa? Das war, ich bin gesprungen und bin mitten auf so nem Bohrer drauf. Jetzt muss ich auf euch warten, ne? Das war wieder klar. Das war wieder klar. Das war wieder klar. Was ist denn? Wer ist das? Ey. Wo steht der denn? Aha! Ach da. Ah. Oh. 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 Ey, lass mich in Ruhe. Fotz. Bam. In die Fresse rein. Es schießt auf den Boden. Hä? Okay. Oh, captain. Merci. Ich bin jetzt irgendwo hochgesprungen. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Scheiße, ich hab mal einen Superverbrauch. Volltreffer. Volltreffer? Danke dir. Ah, der Typ ist tot. Wow, der hat mich weggehauen. Schaffe ich das? Jetzt bin ich tot. Jetzt alles drauf halten, oder? Ja. Das war nicht so schlau. Ich bin natürlich direkt unter dem gegangen. Oh nein! Oh jetzt. Okay. Doch nicht alle drauf. Scheiße. Ja, jetzt. Nee, ich dachte, der kommt rein. Das war's. Das war's. Kiste. Error. Du hast Error? Ja. Aber das war's jetzt eh, oder? Ja, hast du denn dann den Dude bekommen? Eigentlich war's der Captain. Du lebst in seinem Rucksack. Hast du einen ausgelaufen? Nee, nee, nee. Aber im Endeffekt war's das jetzt so. Ja, das war's im Prinzip. Der eine Strike jetzt. Und die Mission halt am Anfang. Ja, gut. Die war da jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Jo. Ist halt jetzt schade, dass es nur so wenig ist. Man merkt auf jeden Fall, dass sie sich beim Strike an dem ersten Rate orientiert haben. Ist ja jetzt nicht verkehrt, aber soll natürlich auch ein bisschen was Neues kommen. Und da hoffe ich jetzt mal drauf.